Schon bei der Einführung in den Musikclubabend am 28. Juni auf dem Schweriner Markt spielte ein Meister seiner Zunft. Reinhard Lippert, der Klavier- und Improvisationslehrer der Schweriner Ataraxia Musikschule, wurde erst kürzlich mit dem Kulturpreis der Stadt Schwerin für sein Lebenswerk geehrt. Er eröffnete die Bühne mit der Improvisation Frühsommerabend auf dem Markt. Danach gab es ordentlich was auf die Ohren von The Earwigs. Die Band aus den Zittower Highlands spielt seit zehn Jahren traditionelle schottische und irische Folkmusik. Mit ihrem Repertoire von Rauf- und Saufliedern bis hin zu traditionellen Tänzen oder gefühlvollen Balladen machten The Earwigs ordentlich Stimmung. Die Klänge aus dem Norden der britischen Insel fluteten den Markt und luden zum Tanzen, Klatschen und Mitsingen ein. Nächsten Dienstag ist der Wismarer Straßenmusiker Oechsel mit Songs seines ersten Albums frei auf die Musikclubbühne geladen. Wie immer am Dienstag um 19 Uhr auf dem Schweriner Markt.